Hi Steffen. Hi Andrea. Du bist IT-Spezialist und hast schon vielfältige berufliche Erfahrungen gemacht. Du bist jetzt gerade 50 geworden. Was sind da so die beruflichen Fragen, die dich beschäftigen? Naja, ich bin gerade an so einem Punkt angekommen, wo ich mich beruflich weiterentwickeln möchte und ich habe noch so viele Ideen und Interessen, wo ich nicht genau weiß, wie ich das umsetzen soll und was ich da machen soll. Denkst du, so ein Coaching könnte mir da helfen? Ja, bei so einem Coaching wird man sich einfach seiner eigenen Stärken bewusst, ist danach nochmal ganz anders positiv inspiriert und weiß, wohin man möchte. Und das wirklich Gute an so einem Coaching ist, dass man einzelne Maßnahmen festlegt, genau diesen Weg am Ende auch zu gehen und erfolgreich zu sein. Dabei würde ich dir gerne helfen. Denkst du nicht, dass ich das alleine hinbekomme? Brauche ich überhaupt deine Hilfe dafür? Ja, ich habe letztens einen ganz witzigen Vergleich gehört. Ein Coaching ist so ähnlich wie eine Rückenmassage. Die kann man auch nicht alleine machen. Und das passt, der Vergleich. Wir decken nochmal blinde Flecken auf, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind oder eröffnen neue Perspektiven, die im Verborgenen leben. Hört sich super an. Lass uns das einfach mal zusammen ausprobieren. Was ist mit dir? Möchtest auch du dich nochmal beruflich neu ausrichten und einen Job finden, der dich glücklich macht? Gerne helfe ich dir dabei. Ich freue mich drauf.